Guten Abend zusammen, heute ist Haufert und ich habe den Tag genutzt eine Animation zu machen mit meinem Garage Door und zwar mit einem LED-Lichtstreifen. Ich zeige euch das gerne mal. Bis zum nächsten Mal. Neben der Öffnungsanimation habe ich auch noch einen Lichteffekt gemacht, dass ich sehe, ob der Honda eh geladen wird oder nicht. Auch das würde ich euch schnell vorführen. Ich finde es mega cool. Ich weiss nicht, ob es die Nachbarschaft stört, aber ich finde es cool. Ich weiss nicht, ob es die Nachbarschaft stört, aber ich finde es gut. Ich weiss nicht, ob es die Nachbarschaft stört, aber ich finde es gut. Ich weiss nicht, ob es die Nachbarschaft stört, aber ich finde es gut. Ich weiss nicht, ob es die Nachbarschaft stört, aber ich finde es gut.